Alleinleben ist anders, als ich dachte. Euch kann ich es ja sagen. Ich habe Angst. Vor der Gegenwart, aber auch vor der Zukunft. Ich erwarte ein Kind von einem Vampir. Anscheinend ist das etwas Verbotenes. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn Marvin herausfindet, dass ich schwanger bin. Hat ihm sein Bruder schon von unserer Unterhaltung erzählt? Oder hat er mir meine Lüge doch geglaubt? Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der zweite Part meiner Occult Baby Challenge. Viel Spaß! Wie ihr seht, ich nehme diesen Part direkt nach dem letzten Part auf, denn ich konnte einfach nicht abwarten. Deshalb konnte ich eure Kommentare jetzt noch nicht lesen, aber ich habe ohnehin tatsächlich vergessen, euch die wichtigste Frage zu stellen. Was machen wir mit den Namen? In unserer ersten Generation hatten wir ein Thema und zwar das Thema Natur und ich würde es auch ganz schön finden, wenn wir in dieser Generation jetzt wieder ein Thema haben. Und da das erste Baby schon sehr, sehr bald kommt, brauchen wir natürlich dringend ein Thema. Deshalb schreibt mir eure Ideen schon mal gern in die Kommentare. Und in diesem Part gehen wir mit Livia auch zum Ultraschall. Das heißt, ihr könnt mir dann auch gleich Namensvorschläge da lassen. Im letzten Part hat Livia nämlich herausgefunden, dass sie wirklich schwanger ist. Außerdem wollte sie dem Vater des Kindes, Marvin, Bescheid geben. Aber diesen hat sie leider nicht angetroffen, sondern nur seinen Bruder. Und die beiden hatten eine eher ungemütliche Unterhaltung. Und deshalb hat Livia ihn dann angelogen und gemeint, nein, ich bin gar nicht schwanger. Ich habe das nur gesagt, damit Marvin wieder zurückkommt. Ja, und seitdem hat sie ein wenig Angst vor den beiden, da sie mittlerweile verstanden hat, dass ein Kind mit einem Vampir vielleicht nicht ganz ungefährlich ist. Und jetzt starten wir gleich in den Part hinein. Und so starten wir etwas früher als geplant in den Part hinein. Livia schläft gerade noch, also wenn ihr euch daran erinnert, der letzte Part hat ja damit geändert, dass sie völlig erschöpft ins Bett gefallen ist. Und jetzt kam gerade diese Benachrichtigung. Willkommen! Ein übler Schicksalsschlag hat dich in dieses Spukhaus geführt. Vielleicht war es auch ein heimtückisches Genie, das all deine Aktionen kontrolliert. Mach einfach das Beste daraus, denn es gibt ganz sicher einen guten Grund dafür, dass du hier bist. Wie gesagt, ich habe das alles noch nie gespielt, aber ich liebe es jetzt schon. Es ist Livia, deshalb sagt sie natürlich, das schaffe ich. Absolut kein Problem. Du fühlst dich couragiert? Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Vermutlich spricht man es ganz anders aus. Ein rationaler Verstand hätte jetzt Angst, aber hey, mach einfach, was du willst. Ja, ich glaube, Livia hat in Wirklichkeit auch ein bisschen Angst, aber die schluckt sie jetzt einfach mal runter. Jetzt haben wir natürlich mitten in der Nacht und sie ist ausgeschlafen. Das ist ja toll. Dann kann sie gleich mal auf die Toilette gehen. Dann kann sie duschen gehen. Schnell und lauwarm duschen. Genau, denn wir sind natürlich auch abseits des Netzes. Immerhin wohnt sie nicht offiziell hier, sondern es ist ein verlassenes Haus und da hätte ich es sehr unrealistisch gefunden, wenn sie Strom hätte. Deshalb müssen wir uns mit abseits des Netzes zufrieden geben. Und da sie unglaublich viel Hunger hat, müssen wir jetzt noch einen kleinen Abstecher ins Erholungszentrum machen. Dann können wir hier ja vielleicht auch ein bisschen herumsuchen und schauen, ob wir irgendwie an Geld kommen können. Denn wir brauchen natürlich auf jeden Fall einen Kühlschrank und ein paar Sachen fürs Baby. Denn das Baby kommt immerhin bald. Oder es werden Mehrlinge. Denn Mehrlinge liegen eindeutig in der Familie. Aber ich hoffe, Livia wird nur ein Kind bekommen. Aber wie gesagt, wir gehen heute ohnehin zum Ultraschall. Dann werden wir das alles sehen. Sie wird jetzt gleich mal kochen. Was könnte sie machen? Sie macht Makaroni mit Käse und zwar eine Familiengröße. Dann können wir die auch mit nach Hause nehmen und vielleicht kann sie da ja zumindest noch ein-, zweimal essen, bevor es wieder verdirbt. Und während sie kocht, schauen wir mal, ob wir irgendwo Geld verdienen können. Können wir das ernten? Das ist doch wie Cheaten, oder? What? Okay, nein, das mache ich nicht. Das ist zu einfach. Also schreibt mir da eure Meinung sehr gerne in die Kommentare, ob das Cheaten wäre, wenn ich hier jetzt wirklich alles ernte. Aber ich finde schon. Ich lasse es mal da, aber schreibt mir eure Meinung natürlich gern in die Kommentare. Wir schauen einfach weiter. Immerhin ist es ja ein bisschen komisch, wenn sie so den Garten der Gemeinde plündert. Ich meine, Livia ist jetzt nicht der empathischste Sim, aber ich glaube, sie ist keine Verbrecherin. Können wir hier sonst noch irgendwie an Geld kommen. Wie gesagt, wir brauchen einen Kühlschrank, Sachen fürs Baby. Hier kann sie dann mal angeln gehen. Vielleicht fängt sie ja einen Fisch. Und dann müssen wir natürlich noch schauen, dass wir weiter an ihrer Mediumfähigkeit arbeiten, damit sie irgendwann mal ein bisschen geregelteres Einkommen hat. Also der okkulte Job ist ja auch eine Freelancer-Karriere. Das heißt, wir arbeiten nicht immer, sondern nur, wann wir wollen und können eben Aufträge annehmen. Aber es ist ganz sicher besseres Geld, als wenn sie hier durch die Stadt läuft und schaut, was sie so finden und verkaufen könnte. Irgendwie möchte Livia nicht angeln, aber ist nicht so schlimm. Sie ist schon wieder ein bisschen müde. Deshalb werden wir einfach wieder nach Hause gehen. Dann kann sie sich noch ein wenig hinlegen und morgen in der Früh werden wir uns dann um Geld kümmern. Und ich bin auch schon so gespannt, wie das dann mit den Säuglingen wird. Wie wird Livia wohl dann damit klarkommen, wenn das Kind zum Säugling wird? Hä, was ist denn das? What? Seelenfragment. Geister hinterlassen manchmal Seelenfragmente. Dabei handelt es sich um Stücke von, man ahnt es bereits, Seelen. Die Seele eines Sims wird durch die mystischen Kräfte von Runen in einer Kugel festgehalten. Seelen sind wahre Köstlichkeiten. Vernasche ein Seelenfragment, um dich jünger zu fühlen. Oder wenn du deinen Freunden einfach mal eine merkwürdige Story auftischen möchtest. Und das könnten wir jetzt absorbieren? Die Fragmente einer verlorenen Seele. Momentan scheint niemand sie zu verwenden. Vielleicht hast du Verwendung dafür? Oder wir könnten es an einen Sammler verkaufen. Ich meine, wir würden 500 Simoleons dafür bekommen und wir brauchen das Geld eigentlich richtig dringend. Hier haben wir auch noch was. Geistertrunk. Nimm einen Schluck des coolsten, erfrischendsten Getränks überhaupt. Geistertrunk. Seelenvoll und prickelnd. Wenn du dir schon einmal ein Seelenfragment einverleibt hast, weißt du, dass es Erinnerungen und allgemeine Essenzen enthält. Also nimm alles in dir auf und genieße das außergewöhnliche Gefühl. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein wenig überfordert. Livia wird das jetzt einfach mal verkaufen. Immerhin brauchen wir das Geld gerade dringender als alles andere, was hier passieren könnte. Aber wenn wer von euch weiß, was da passiert, schreibt mir das wie immer gern in die Kommentare. Vielleicht werden wir das nächste dann doch absorbieren bzw. trinken. Und Livia wird jetzt einmal schlafen gehen und morgen könnten wir dann eigentlich gleich einen Kühlschrank kaufen und vielleicht sogar schon das Kinderzimmer ein wenig einrichten. Zumindest ein Gitterbett kaufen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir überhaupt hier in diesem Haus noch spielen werden. Aber ein paar Wochen werden es ganz sicher. Da ist jemand. Im unteren Stock in meinem Haus ist jemand. Ich habe es gehört. Ich habe mich gerade getraut, die Treppe hinunter zu gehen. Leise. Sonst hören sie uns noch. Drei fremde Sims sind in meiner Küche. Sie sehen nicht aus wie Vampire. Die sehen ungefährlich aus. Und als wären sie in meinem Alter. Wer sind die? Vermutlich sollte ich sie das einfach fragen. Und nun, wo Livia diese drei fremden Menschen in ihrer Küche entdeckt hat, möchte sie jetzt natürlich hingehen und fragen, was macht ihr da? Was soll das überhaupt? Deshalb wird sie sich jetzt einmal grob bei allen vorstellen. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, alle drei sind in der gleichen Gruppe. Und zwar in der Gruppe die Rumtreiber. Und Livia fragt jetzt einfach, was macht ihr hier? Das ist mein Haus. Und die anderen Teenager, also Carmen und Rylan und die andere heißt Zora, die sind jetzt natürlich ein wenig verwirrt. Denn das ist ein verlassenes Haus. Und sie sagen einfach, ähm, wie? Was machen wir deinem Haus? Wir kommen schon immer hierher, seit wir Kinder sind. Dieses Haus gehört dir nicht. Wer bist du? Und ja, Livia geht es jetzt natürlich sehr schlecht. Hier haben wir jetzt auch eine Benachrichtigung bekommen. Vielleicht ist es bloß Einbildung, aber Livia kann das Gefühl, dass andere sie ständig verurteilen, einfach nicht abschütteln. Liegt es an ihrer Frisur oder ihrer Persönlichkeit oder ihren Freunden? Woran es auch immer liegen mag, Livia befürchtet, dass noch lang kein Ende in Sicht ist. Oh, die Arme. Und mit Rylan scheint sie sich eindeutig besser zu verstehen als mit Carmen. Deshalb wird sie ihm jetzt einfach ein bisschen von ihrem Leben erzählen und einfach sagen, ich bin von zu Hause abgehauen. Deshalb bin ich jetzt hier. Tut mir leid, dass ich euch so angeschrien habe. Das wollte ich gar nicht. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber es geht mir in letzter Zeit einfach sehr schlecht. Ich hatte sehr viele Probleme zu Hause und es gab für mich keine andere Möglichkeit, als hier hinzukommen. Und Rylan ist anscheinend unglaublich begeistert von diesem Loch in der Wand. Das finde ich toll. Und er scheint mit ihr mitzufühlen. Das finde ich süß. Also Rylan mag ich schon mal. Mit Carmen komme ich noch nicht so ganz klar, aber das ist schon in Ordnung. Dann wird sie ihn jetzt einfach mal kennenlernen und sagen, wer bist du eigentlich und wo kommst du her? Und er erklärt, dass sie alle aus Sansekoia kommen und eben eine gemeinsame Gruppe haben, nämlich die Rumtreiber. In dieser Gruppe ist eben Rylan, seine gute Freundin Carmen und dann noch seine Zwillingsschwester Zora, die irgendwie verschwunden ist. Ich weiß nicht, was die macht. Die war ja eigentlich auch da. Ach, da steht sie. Und seine Zwillingsschwester Zora. Die haben eben zu dritt eine Clique und verstehen sich sehr gut und hängen immer zusammen ab. Und Livia scheint sich langsam auch okay mit ihnen zu verstehen. Ich glaube, sie haben so die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden und die anderen verstehen einfach, dass es Livia nicht gut geht. Und dass es momentan nicht einfach für sie ist. Immerhin hat sie ihrer Familie den Rücken gekehrt. Muss ein ganz neues Leben anfangen. Und es sieht aus, als würden sie und Carmen sich jetzt auch endlich besser verstehen. Obwohl Carmen auch sehr traurig ist. Vorher stand er auch irgendwo wegen Ableben trösten. Also ich glaube, von ihr ist leider jemand verstorben. Aber jetzt finde ich das leider nicht mehr. Und jetzt kommt auch noch Zora zum Gespräch hinzu. Mit der können wir uns auch noch ein bisschen anfreunden. Livia wird jetzt einfach mal mit ihr über ihre Ängste reden und auch ihr nochmal alles erzählen, was eben vorgefallen ist in ihrem Leben. Und klarstellen, dass sie eben mit allem überfordert ist momentan. Und dann wird sie der Gruppe jetzt auch gleich ihre ungewollte Schwangerschaft verkünden. Und einfach sagen, um ehrlich zu sein, der Hauptgrund, warum ich weggelaufen bin, ist, dass ich ungewollt schwanger bin. Und sie weinen einfach alle mit ihr. Oh, sie fühlen einfach alle so mit ihr. Ist das süß. Deshalb wird Livia jetzt gleich mal fragen, hey, es klingt voll blöd, aber können wir vielleicht öfter zusammen Zeit verbringen? Ich weiß zwar, dass das euer Geheimversteck ist, aber ich werde noch eine längere Zeit hier bleiben. Also wäre das vielleicht möglich? Okay, tut mir leid, die Rumtreiber ist eine exklusive Gruppe und du passt nicht zu uns. Na gut. Ich glaube, die mögen uns leider einfach noch zu wenig. Das ist halt so. Das kann man nicht erzwingen. Aber da deren Treffpunkt unser Zuhause ist, werden wir sie definitiv öfter sehen. Livia, vielleicht solltest du aufhören, ihn anzuschreien, wenn du dich mit ihm anfreunden willst. Das ist jetzt nur meine Meinung. Kann natürlich auch sein, dass Anschreien irgendwie gut ist, um eine Beziehung aufzubauen. Aber das bezweifle ich. Ich wollte gerade, dass sie Makaroni mit Käse isst, aber anscheinend habe ich es nicht mitgenommen. Ich bin echt ein Profi. Aber es ist nicht zu schlimm. Wir sollten mittlerweile genug Geld für einen Kühlschrank haben. Hoffe ich zumindest. Der billigste kostet 215. Perfekt. Dann stellen wir dann einfach dorthin, wo der alte stand. Dann können wir sagen, sie hat sich einfach Ersatzteile gekauft und ihn repariert. Und eigentlich wollte ich ja auch das Kinderzimmer schon einrichten. Aber in Wirklichkeit bekommen wir da ja eh eine Wiege. Und mehr braucht das Baby dann eh noch nicht. Oh, und ich glaube, den Eimer und den Müll müssen wir da noch ein wenig wegtun. Sonst hat sie keinen Platz zum Kochen. Und so kann Livia jetzt zum ersten Mal in ihrer eigenen Wohnung kochen. Zumindest zu halb, denn sie hat ja keinen Strom. Aber sie macht sich einfach Gartensalat. Vielleicht können wir ja sagen, sie hat gestern, als sie unterwegs war, ein bisschen Gemüse gefunden. Und das schneidet sie sich jetzt klein. Hier wohnt übrigens auch eine Maus. Die sieht man manchmal. Und hier hinten wohnt eine Spinne. Die habe ich auch schon gesehen. Was ist denn das? Da steht einfach eine creepy Puppe am Boden. Kann es eigentlich noch schlimmer werden? Und wir können mit dieser Puppe auch nicht interagieren. Wir können die gruselige Puppe nur entfernen. Und was ist dieses leuchtende Ding überhaupt? Schaurige Hände entfernen. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, dass wir in einem Spukhaus leben. Irgendwie ist das alles mehr als creepy. Livia kann danach gleich nochmal schlafen gehen. Immerhin ist sie in der Nacht wirklich gar nicht zum Schlafen gekommen. Gerade als sie um zwei in der Früh eingeschlafen ist, wurde sie dann gleich wieder geweckt von den Rumtreibern. Mit denen will ich mich auf jeden Fall noch besser anfreunden. Also eben mit Rylan, mit Carmen und mit Zora. Und mit denen wird sie sich hoffentlich noch anfreunden. Schreibt mir da eure Meinung natürlich auch gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, was wir mit ihnen unternehmen könnten, damit sie sich besser verstehen. Livia kann dann gleich mal aufstehen. Und dann kann sie ja nochmal probieren, mit den Dahingesiebenen zu kommunizieren. Denn immerhin müssen wir möglichst schnell die Mediumfähigkeit erwerben. Und wir sind erst auf Level zwei. Ich habe gerade entdeckt, dass Livia anscheinend drei neue Ängste dazu bekommen hat. Angst, verurteilt zu werden. Angst, die Eltern zu enttäuschen. Und Angst, nicht versetzt zu werden. Das sind wirklich ganz schön viele Ängste. Aber Livia, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte ohnehin, dass du die Schule abbrichst. Hört ihr das? Da schreit doch ein Baby. Ähm, Livia hat gerade irgendwas entdeckt. Ich habe gerade ein Baby schreien gehört und sie hat gerade... Was ist das? Okay, sie reagiert nur auf eine Maus. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Hure Melancholie, weil mit den Dahingeschiedenen kommuniziert hat. Livia wollte mit den Dahingeschiedenen sprechen, aber sie übermitteln nur ihre Gefühle. Also das mit dem Spukhaus und mit der Mediumfähigkeit ist ganz schön creepy. Ich weiß jetzt schon, ich werde keinen dieser Parts in der Nacht aufnehmen, denn ich habe ein bisschen Angst. Und Livia hat die ganze Zeit Hunger. Schwangere haben immer Hunger. Das habe ich schon wieder vergessen. Dann wird sie sich jetzt noch mal einen Gartensalat machen und dann werden wir zum Ultraschall gehen. Man sieht jetzt auch schon, dass sie schwanger ist. Sie ist im zweiten Trimester. Das heißt, in 20 Stunden kommt sie schon ins dritte. Das bedeutet, am Donnerstag kommt ihr Kind schon auf die Welt. Vielleicht geht sich das im nächsten Part sogar schon aus. Und Livia hat jetzt fertig gegessen und wir werden jetzt mit ihr zum Gynäkologen gehen, um herauszufinden, wie viele Babys sie bekommt und welches Geschlecht diese haben werden. Wir könnten sehr viele Leute mitnehmen, aber ich glaube, sie wird allein gehen. Hier haben wir eben Marvin zur Auswahl. Der kommt gar nicht in Frage. Dann ihre ganze Familie und dann noch Jonas. Das war früher mal ihr bester Freund, aber sie haben sich ein wenig auseinander gelebt, weil er es eben auch nicht so toll fand, dass Livia sich auf einen Vampir eingelassen hat. Deshalb wird sie jetzt allein hingehen. Ich bin schon so gespannt, was es wird. Livia ist zurück von ihrem Gynäkologentermin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Ich hänge es wieder mal an die Wand. Hängen wir es einfach hier übers Bett. Es ist ein Baby, glaube ich. Es sieht nach einem Baby aus und es wird höchstwahrscheinlich ein Mädchen. Oh, wir bekommen ein kleines Mädchen. Also wie schon zu Beginn des Parts gesagt, schreibt mir sehr gerne Themensvorschläge für die Namen in die Kommentare und natürlich auch Namensvorschläge für unser kleines Mädchen. Ich freue mich so, auch wenn ich schon ein bisschen Angst habe. Also es steht uns wirklich eine sehr aufregende Zeit bevor. Ciao! Vielen Dank.